Du willst immer mit den neuesten Tech-Produkten ausgestattet sein? Dank unserem Partner Grover ist das kein Problem. Manchmal lohnt es sich nicht, ein neues Produkt zu kaufen, nur damit es in einem Jahr schon wieder völlig veraltet ist. Und hier kommt jetzt Grover ins Spiel. Das Ganze ist eine Online-Plattform, bei der du Tech-Geräte für einen monatlichen Beitrag mieten kannst. Zur Auswahl stehen über 8000 Produkte, wie zum Beispiel Smartphones, Tablets, Kameras, Spielekonsolen, Wasserdichte, Bluetooth-Lautsprecher und viele mehr. Hier findest du alles, was dein Herz begehrt. Du kannst dein eigenes Paket zusammenstellen und das sogar mit gewinnster Laufzeit. Ganz nach deinem eigenen Geschmack. Du hast zum Beispiel Lust, deine nächste Reise oder ein Outer-Abenteuer filmtechnisch etwas aufzuwerten? Dann hol dir einfach eine Drohne für einen Monat, anstatt sie gleich direkt teuer zu kaufen. Die Vorteile liegen ganz klar auf der Hand. Du hast immer das neuste Modell am Start. Du sparst durch die Miete natürlich auch Geld, weil du es dir nicht alles direkt kaufen musst. Und das Ganze ist auch noch nachhaltig, weil die Technik nicht irgendwann einfach bei dir rumliegt und verstaubt, sondern nur ausgeliehen ist. Bist du also fertig mit deinem Projekt und benötigst die Ausrüstung nicht mehr, kann sie einfach der nächste benutzen. Freunde, jetzt Ohrenspitzen, es gibt eine richtig geile Aktion. Ihr könnt ein Produkt eurer Wahl für einen Monat gratis mieten mit dem Code SEVENVERSISWIDE. Mieten statt kaufen ist das Motto, also checkt das Ganze unbedingt mal aus. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt oder auf grover.com. Wir gehen. aldt Wir gehen. To the unknown Survival is our anthem And we'll sing it all along Seven versus one 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 versus one Seven versus one Seven versus one Seven versus two Als Dankbarkeit für dieses wunderschöne Land. Hat nicht auch funktioniert? Nee, das tun sie nicht. Jetzt fahren wir den Dreck erstmal weg. Das sortiere ich in Ruhe gleich. Ich rieche wie ein Schwein. Ich habe zwei Wochen nicht geduscht. Das Meer ist so aschkalt. Ja, das wissen wir. Und kurz vor knapp. Okay, Jan Fulcent. Du gehst rein mit keinem Gewisseren als Joey Kelly. Kann man sehen. Ich nehme viel mit. Also es war für mich sehr spannend. Neue Erkenntnis. Eine neue Herausforderung. Für mich ein gigantisches Challenge. Danke einfach. Nur danke, dass ich dabei sein darf. Dass man halt das machen darf. Dass man immer noch die Power hat, das zu machen. Es geht wirklich um etwas Essentielles. Es geht um Survival. Um Überleben. So eine Survival-Situation. Kein Essen. Viel Langeweile. Für mich überhaupt kein Spaß dabei. Dann irgendwann mehr. Sondern wirklich nur noch durchziehen. Nach ein paar Tagen hat sich herausgestellt. Okay, Paradies. Ja, für einen Tag okay. Aber jetzt scheißdreck. Es ist so langweilig hier. Es gibt keine Ressourcen. Bitte holt mich aus dem Paradies raus. Ich würde es jederzeit wieder machen. Definitiv. Ich finde es sogar spannend. An meinem persönlichen Teil mal weiteren Limits. Dass man sagt, man setzt noch eine Woche drauf. Ich weiß jetzt, dass es ohne Essen und ohne Ressourcen geht. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass man dafür Erfahrung haben muss. Viel tun muss. Mental. Und dass es dann geht. Irgendwann werde ich das hinkriegen. Und deswegen werde ich es irgendwann noch mal machen. Aber nicht zeitnah. Verzeige nicht. Ich bin doch schon da. Hallo. Als jetzt diese geile Rede war und die Sonne so draufgeclasht hat. Bevor alle diese wunderschöne Dinge hier bekommen haben. War mir auf einmal so schwindelig. Und ich dachte mir, wenn ich mich jetzt nicht hinsetze, dann macht es plupp. Ja. Aber sonst geht es mir gut. Sehr gut. Ja. Also die Überlegungschancen sind jetzt, nach den zweiwöchigen Strapazen ... Schon gering. Also ich möchte den Anwesenheit der Patientin jetzt nicht so sagen. Aber ich sehe da jetzt fast genauso schwarz, wie sie selber vorhin, als sie zusammengesackt ist. Das macht Hoffnung. Das ist gut. Das gefällt mir. Sag, du willst das nicht. Nein. Was ist da unten? Oh nö, da tut es echt weh. Hoi. Kann ich auch machen? Und ich bin so ein Mensch. Ich hasse es, Dinge nicht mitzubekommen. Ich will bei allem immer dabei sein. Und jetzt liege ich hier und alle sind da drüben. Und es kotzt mich an. Aber das Ding ist an sich nicht schön. Das finde ich auch so. Ausgewogene Mahlzeit. Wir haben hier Chips. Ne? Oliven. Und Beeren. Ist geil. Was? Also guck mal, sie wird schon unten. Sehr super. Einer. Ja. 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 Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Also Fazit ist, dass es eine geile Zeit im Leben war, die man einfach nie wieder vergessen wird und die man auch nie missen möchte. Das war ein schöner Urlaub mit dir. War hier ein schöner Campingtrip. Ich glaube, dass wir da, obwohl wir so verschiedene Menschen sind, das kann man sich nicht vorstellen, wie Tag und Nacht, haben wir dieselben Werte. Und das ist das, warum wir so gut durchgekommen sind. Unsere Blasche war wirklich geil. Wir haben das so oft erwähnt und uns überlegt und dachten so, das ist es. Jedes Item, das ist es. So krass ausgewählt, müssen wir jetzt ein Item nennen, was uns wirklich gut gefallen hat im Vergleich zu den anderen. Dann würden wir beide vermutlich das Multitool wählen. Da war alles dran. Zum Abkochen haben wir halt immer die Zange gebraucht. Das heißt ohne Multitool wäre das einfach echt kacke gewesen. Und was wir nicht so gebraucht haben, die Säge hätte nicht sein müssen, weil wir halt kein Baumaterial hatten. Selbstverletzung. Und was? Ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Mit dir nochmal 14 Tage irgendwo. Du kannst doch noch jemanden rein. Ja. Und nochmal Urlaub ist das einfach. Also ich glaube, allein wäre jetzt nicht so meins, glaube ich. Aber so fand ich es echt spannend. Warum nicht nochmal? Ja. 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 Ich glaube jetzt sind wir wirklich massiv. Das ist ja No Joke wie eine Landung aus einem Cartoon, Alter. Der Flug war mega geil, Alter. Hoch, runter, hoch, runter, geile Wasserlandung, alle haben es gesehen, mega fett. Rory auch nicht. Das brauchst du nicht Gerrit. Was passiert jetzt? Kannst du mir das sagen? Hallo, hallo, hallo. Ich bin eher so der Typ, ich bin so Typ Team Boden. Team Boden, das ist so meins. Gerrit, hast du gemerkt, dass es so hoch und runter geht? Alter. Wie kann man das nicht gemerkt haben? Ja, ich habe gesehen, dass du gelenkt hast und dann war man völlig vorbei. Weil ich mir dachte, jetzt lässt der den halt steuern. Echt? Und dann ging es los so. Dann ging es los. Also egal, wie abgefuckt wir waren oder so. Es war trotzdem... Mega. Diese Natur hier zu sehen, alles. Küste war geil, der Wald sah krass aus. Haben wir noch nie so gesehen, logischerweise. Ja, und allgemein war das auch eine coole Erfahrung, einfach mal zu erleben. Du merkst halt richtig, was eigentlich in deinem Leben wichtig ist. Ja. Ich habe so in letzter Sekunde von meiner Frau einen Schal mitgegeben bekommen. So, den hat sie noch mit Parfum eingesprüht. Und da kriege ich jetzt schon wieder ein bisschen Pipi in den Augen. Das ist völlig krass. Also, dass man seinen Lebenspartner nach so kurzer Zeit so doll vermisst. Ob wir das jetzt nochmal machen würden? Ich sage mal ja, wenn die Umstände andere sind. Also, klar, Survival-Situation ist halt das, was es ist. Aber wenn ich so die Aussicht wirklich hätte, ich kann mit meinem Survival-Equipment auch wirklich irgendwie Nahrung beschaffen. Also, wirklich realistisch. Dann auf jeden Fall... Ich würde es auch auf jeden Fall nochmal gerne machen, aber wirklich mit der Aussicht des Wesens die Chance ist, Nahrung zu sehen. Okay, das reicht mir schon. Ich will sie nur sehen. Ja. Weil, wie gesagt, der Rest war ja cool. Der Rest war super. Mach doch mal das Selbstexperiment. Mach ich dich nochmal. Fakt. Thank you. You're welcome. Wenn du so lange deine Haare nicht wäschst und dann jemand deine Kopfhaut krault, das ist das geilste Gefühl, das es gibt. Und beim Haare flechten war die Nummer zwei, ne? Ja, Alter. Dann wäschen mir Haare an Tag 14 oder so. Ich denke mir, geil, wieder fresh. Nächster Tag sah genau so schlimm aus wie an Tag 9. Ja, Kröten sind giftig. Und du dachtest, oh, die Kröte, die will ich aber essen. Vielleicht war der auch ein Frosch. Ne. Aber ich hatte einen Warzen bei uns. Alter, das Viech war so groß. Alter, okay, bei uns waren sie so groß. Oh, 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 oh. Wir sehen uns. Das war richtig geil. Ne, war gut. War krass. Life is a learning, life is a lesson. Und manche haben Süßwasser, manche nicht. Ja. So. Du denkst so, das kann jetzt nicht sein. Das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Es gab auch viele Momente, wo wir, okay, wir haben ja lange drüber gesprochen. Ja. Was machen wir? Was können wir noch ausprobieren? Haben wir wirklich alles gemacht? Was gibt's für Optionen? Wollen wir noch eine Nacht länger bleiben, um zu gucken, aber was soll sich da verändern? Ja. Und es gab immer wieder Momente, das war total komisch, wo wir in dieser Situation übel viel grinsen und lachen mussten, aber das war eher so ein Überspielen aus Verzweiflung, wo du sagst so, es kann doch nicht wahr sein, dass wir keine Lösung dafür finden. Ja. Aber muss ich mir auch ehrlich eingestehen, wir haben keine Lösung dafür gefunden. Nicht unter den Spielregeln, die wir hier bei Seven Wars Wild haben. Ja. Und das haben wir auch nochmal thematisiert. Die einzige Lösung, die wir gehabt hätten, es waren zwei Stück, mit komplett dem Gerödel, was man hätte, den Fluss aufwärts, bis irgendwas passiert, oder die zweite Variante, die Insel im Runden. Aber beide Sachen sind ja nach Regelwerk nicht wirklich möglich gewesen. Ja. In einer realen Situation wäre das quasi kurz, knapp vor Tod gewesen. Wir haben es natürlich nicht so weit kommen lassen und wir haben uns jetzt auch nicht überkrass dehydrieren lassen, aber wir hätten quasi die Variante gehabt mit all unserem Zeug oder was man in so einer Situation hätte, vielleicht auch sehr, sehr wenig, irgendwie auf Teufel komm raus, diesen Fluss immer weiter, weiter ins Landesinnere, wäre man halt irgendwie rein. Oder man hätte die Insel umlaufen. Man hätte die Insel umlaufen, ist ja auch eine Variante, um einfach aus dieser Frontlinie rauszukommen. Aber ja, was heißt das Positive? Es zeigt einfach nochmal, dass die Natur mächtig ist. Und ja, wenn die Natur sagt, fällt aus hier, dann fällt es aus. Richtig. Wenn die Tür zumacht, ist die Tür zu. Dann kannst du dich im Kreis drehen und schreien, da hilft es trotzdem nicht. Das ist einfach der Fakt. Würdet ihr es nochmal machen? Heißt ja, würdet ihr wieder in die Situation reingehen und wieder kein Süßwasser haben? Ne, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir wissen ja, dass es da nicht funktioniert hat. Ja. So, was würde sich jetzt ändern, wenn wir das einfach nochmal stumpf genau an der Stelle wieder probieren? Das ist dann... Im Endeffekt ist es ja auch eine Glückssache. Wir hatten ja die ersten zwei Tage... Hatten wir ja. Hatten wir Süßwasser. Dann gab es aber diese eine Springsturmflut, keine Ahnung, was das ist, die das quasi ausgemerzt hat. Es hätte auch sein können, dass in diesen 14 Tagen das gar nicht gibt. Ja, wenn das Zeitfetzer gepasst hätte, wegen Mond, Elbert, keine Ahnung was, dann hätten wir einfach Schweigen gehabt. Ich weiß auch nicht, wie die ausgelöst wird, aber sie war da und hat uns quasi einmal das Trinkwasser komplett zunichte gemacht. Ja. Danke. Danke. Die Leute von der Insel sind jetzt gekommen, heißt, Rest von der Crew, natürlich die Teilnehmer, die ausgeschieden sind, aber auch die, die durchgekommen sind, stehen jetzt da hinten, sind gerade mit einem Wasserflugzeug gelandet und heute Abend werden wir hier in der Painter's Lodge dann unsere Party feiern. Und jetzt steht hier der Rest vom Schützenfest. Die Leute, die im Camp River geblieben sind, stehen hier auf dem Steg und begrüßen die. Schwenken. Juhu. Johannes hat eine Kamera in der Hand. Das ist ein seltener Moment. Schau. Alles Gute. Du musst irgendeine Staffel geben, in der die Leute, die hinter der Kamera sind, auch mal ein, zwei Wochen in die Wildnis gehen. Ich will dich mal gerne sehen, wie du das machst. Dich, Max, Rico, das würde ich mir wünschen. Wenn ihr das auch so seht, eins in die Kommentare. Das wäre mal... Ja, was... Ja, das ist... Ja, mach doch mal. Das ist nicht zu facken, was du mir gemacht hast. Ach, komm. Ich hab's schon gesehen. Super. Jaja. Juhu. 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 Aber die wichtige Frage ist, konntest du dein Bauprojekt abschließen? Ja. Es wäre natürlich weitergegangen. In vier Wochen hätten wir zwei Etagen. Aber es war gigantisch. Danke, dass du da warst. Ich danke. Ich danke. Mega Bereicherung. Die Community hat sich so gefreut, als du zugesagt hast. Ich danke. Ich glaube, der YouTube ist irgendwie so ein paar Jungs. Ja, ist es ja auch eigentlich auch. Wir sind ja auch nur ein paar Jungs. Jaja, aber nicht jetzt hier Buchschraubern und Flüge und ... Geil. Hollywood. Ich bin sehr gut. Danke viel zu. Ich danke. Drei, zwei, eins. Wir sind echt nicht so großartig. Ich bin aller gleich Mund. First, das ist genau wohl so ein paar Lebens zu entwickeln. Echt immer noch. Die krassesten Gedanken, die ich so hatte, als ich dort war, war wirklich so, ey, hoffentlich geht es irgendwie Familie gut, Freundinnen, hoffentlich machen die sich nicht so Sorgen, wer weiß, wenn da irgendwas ist. Das hat mich wirklich krass gestresst so. Ich habe mir, bevor wir losgefahren sind, einen Opti-Grill bestellt und über den habe ich sehr viel nachgedacht und ich habe sehr viel darüber nachgedacht, was ich alles in den Opti-Grill grillen kann. Wir lagen dann so eine halbe Stunde manchmal, haben nichts gesagt und dann kamen so, ey Digga, meinst du, man kann ein Pizzabrötchen im Opti-Grill machen? Das war so geil. Ich habe auch viel über das Thema so nachgedacht, so meine Geschwister, die sehe ich halt nicht so häufig, dass man die mal, dass man da ein bisschen mehr so den Kontakt mal wieder sucht und so, weil das ist auch von mir oft über Arschluss und so und dass ich auf keinen Fall einem Fritz-Meinecke-Projekt nochmal zusage. Das ist das Wichtigste. Niemals wieder. Nie wieder. Nie wieder. Das war einfach zu lang. Fazit zu lang. Auf jeden Fall, aber ich habe wirklich oft darüber nachgedacht, wofür machen wir das und so, lohnt sich das hier, was wir gerade machen? Ich muss wirklich sagen, ich würde es nie wiederholen und ich hätte es auch nicht zugesagt, hätte ich gewusst, dass es so wird, aber ich bin, jetzt wo es vorbei ist, man fühlt sich so, als könnte man alles schaffen jetzt. Ja, als es gefährlich ist, aber nicht, dass du jetzt auf einmal irgendwie fucking Bären-Wrestling gehst oder so. Ja, nee, so meine ich das nicht, aber man fühlt sich einfach so on top einfach irgendwie gerade. Das stimmt. Das ist ein Gefühl, was ich schon sehr genieße, so dass man sich so denkt, Digga, wir haben alles abgerissen, Junge. Wir haben die Wildnis bezwungen. Ja, das ist geil und dafür hat es sich gelohnt, würde ich sagen. Das war krass. Das ist meine Erkenntnis. Ja. Hallo. Hallo. Hast du das? Hast du Tropf? Nee, nee, ich bin einfach so schwach durch die ganze Scheiße, mir das Ding in den Arsch gesteckt, gesteckt und alles. Abfänger, was hast du hier in den Arsch gesteckt? Drunter ist die Flasche, diesen Trichter und alles. Ja, aber willst du, warum das gekommen ist? Ja, kackehart wie Knochen. Der Mann hat ja gar nicht mehr gearbeitet für 14 Tage. Ich habe mir das Ding, ich saß da wie ein Fisch an der Badewanne, nackig, lag ich da ums Klo drumherum, Todesschmerzen und gar keine Kraft mehr und dann schwarz vor Augen, sitzt auf der Schüssel, bist weg. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich brauche jetzt von dir eine Kochsalzlösung, so wie man sich das gibt als Superstar von den ganz großen Konzerten, wenn man den Abend vorher so viel getrunken hat. Weißt du, letztes Jahr war es genauso. Ja, letztes Jahr. Erinnert du dich? Wie letztes Jahr? Ich sage, ich habe letztes Jahr, das hat mir auch gut geholfen, da war ich gleich wieder bei Kräften. Das ist wirklich das, was ich brauche. Bloß der Arzt ist diesmal kein Kfz-Mechaniker. Ich hatte gar keine Kraft, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ist auf der Insel besser geschlafen. Natürlich viel besser. Haben wir es mal wieder geschafft, gell? Ist es geklappt? Ja, hat geklappt. Okay, wie läuft das jetzt ab? Jetzt bleiben wir einfach hier liegen. Ja, bleiben wir liegen. Wenn es leer ist? Dann ist super. Dann darf es Bescheidern. Reicht, oder? Einen Flasch. Ich freue mich, weil es hat letztes Jahr auch so gut geholfen. Ja, ist auch schon gut. Wie jedes Jahr. Das letzte Mal. Ja, das ist wirklich das letzte Mal. Das letzte Mal, dass wir alle hier gemeinsam sitzen und ihren Kopf anschließen. Ich sage an der Stelle, Seven Boys 2 nach zwei Staffeln. Das war eine krasse Erfahrung, aber das war es von mir. Ich mache die Plätze frei, nominiere mich nicht mehr. Ich hätte mich sonst nie, ich hätte mich auch nie nominiert. Man wollte nochmal, dass ich komme. Nicht mehr nominieren. Ich bin raus. Out. Seven Boys Wild. Aber wir gehören auch wirklich bei Seven Boys Wild jetzt zu den alten Hasen. Ah, die noch, ach die schon wieder. Haben sie es wieder gemacht, weißt ja klar. Gell? Jederzeit mit dir. Immer wieder. Sind wir Freunde fürs Leben jetzt? Ja. Von meiner Seite definitiv. Okay, von meiner auch. Wir sagen jetzt bei drei die Highlight-Items, also ein Highlight-Item bei drei. Eins, zwei, drei. Hangenetz. Und das beschissenste bei drei, eins, zwei, drei. Trenkfilter. Ja. Ey, wir wissen es ganz genau. Unsere Flasche war perfekt. Ob wir das Ganze nochmal machen würden. Bin mal gespannt jetzt bei Sascha Huber. Da bin ich aber jetzt mal gespannt. Also wir haben das Ganze jetzt zweimal durch. Panama und jetzt hier auch Kanada. Und wir haben gesagt, in Zukunft wollen wir die Plätze freihalten für die anderen Zuschauer. Es sollen andere jetzt da durchziehen. Ich glaube, wir können sagen, wir haben das für uns einfach gut geschafft. Und sie treten jetzt mit Stolz ab. Und sollte es jemals irgendwann wieder sein, dann stehen wir nicht mehr zur Verfügung. Oh, wir haben doch nicht mehr zur Verfügung. Nicht mehr nominieren. Bitte nicht nominieren. Was? Diese Gefühle, die du da draußen hast, die man erlebt, wir hatten das jetzt. Es ist zweimal gewesen, es ist zweimal anders. Trotzdem ist es irgendwie ähnlich, dieses Survival-Ding. Wir haben jetzt da alle Facetten erlebt. Ich habe meiner Familie versprochen, ich bin nicht mehr so lange weg. Es ist jetzt fertig. Für mich ist das Thema jetzt fertig. Und ich glaube, die Leute wollen auch bei der nächsten Staffel auch mal ganz andere Leute sehen. Danke für die Zeit, danke für die Zuschauer. Danke, dass ihr alle dabei gewesen seid. Das war super. Ohne euch dürften wir das nicht wieder machen. Und wir können nur Danke sagen, dass ihr auch auf Panama und alles so krass unterstützt habt. Auch hinter der Kamera, vor der Kamera, die Zuschauer. Vielen Dank echt. Und du meintest ja, Dave, ob wir es den anderen empfehlen können. Ja. Und ich glaube, das ist was. Nein. Wir haben gesagt, zwei Wochen, zwei Wochen ist vielleicht gar nicht nötig. Ist vielleicht wirklich nicht nötig. Auch nicht eine Woche. Weil es wird sowieso keiner machen. Was wir wirklich empfehlen können, ist, geht es mal raus. Nur mit dem Wasser. Esst mal nichts. Detoxing. Der Körper braucht es nicht, immer jeden Tag kacken zu gehen. Geht mal raus. Am Ende eures Lebens, habe ich auch irgendwann in der Sendung gesagt, wenn du am Ende auf dem Sterbebett bist, wirst du nicht denken, boah, wie waren meine Fortnite-Partien damals. Sondern du denkst darüber nach, wie deine Erlebnisse waren. Das, was du erlebt hast in deinem Leben. Nur darum geht es. Und mit wem? Und mit wem du das erlebt hast? Ich habe dich angeschissen, oder was? Hast du gesehen? Irgendwas ist runtergebröckelt. Auf mich drauf. Und wir fischen auch im Meer. Wir haben es wirklich geschafft. Ja, mal so, mal so. Bärenländereien haben wir erkundet und mehr Bären gefunden. Auch die Flasche ist voll. Wir haben es echt geschafft. Easy. Maxi. Oh, shit. Jawohl. Ja. 18. Wie 18. Ja, ja, ja. Echt? Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wie krass. Wie krass. Ja. Wir haben euch eine Rumpf drin geschnitzt. Ey, sie krass gestern. Vielen Dank, das ist sehr lieb. Dankeschön. Wie Max sich verlobt hat. Ah, ja, ja. Ich habe gerade so im Vorbeigehen gesagt, ja, 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 Hammer, Hammer. Ja, das war richtig. Oh, stimmt. Wir haben jetzt nichts mitbekommen. Stimmt. Wir üben uns krank. Ja. Jetzt ein Glückwunsch. Stimmt, ja. Wir sind jetzt geil. Einfach verloren. Oh, danke. Ey, Hammer. Ja, mach halt immer nach. So ist er halt. Also was ich hier mitnehme ist auf jeden Fall die Erfahrung. Ich wusste nicht, wie es sich anfühlt, so lange nichts zu essen. Einfach mal zu wissen, was der Körper kann, auch wenn man ihm keine Nahrung gibt. Also ich habe normalerweise so einen chronischen Hust und ein bisschen Asthma. Ich habe auch meinen Asthma-Spray immer... Hast du selten benutzt? Habe ich selten benutzt, genau. Hast du den Asthma-Spray nicht immer dabei? Ich habe es nicht immer dabei. Ich habe es in Zelt gelegt. Verdammt. Also die frische Luft, supergeil. Ich fand halt die Landschaft und Natur geil. Es war also insgesamt das ganze Event, dass die Natur selbst durch die Mangroben schlagen. Das empfehle ich keinen. Würde ich auch nie wieder machen. Aber das einmal gemacht zu haben, so in der Situation, das war schon richtig geil. Ich bin super, super froh und dankbar, dass Fritz sich eingeladen hat. Wasserflugzeugfliegen auch geil. Ich liebe Flugzeuge sowieso. Würden wir es nochmal machen. Würden wir es nochmal machen. Hier auf gar keinen Fall. Nicht am selben Spot, ja. Ich würde die Experience einmal gerne mit Angeln und Essen haben. Das wäre cool, weil vielleicht beißt auch mal einen Tag lang nichts und dann bist so frustriert. Dieses Frustriert und Freuen vom Angeln und vom Essen hatten wir ja nicht, leider. Und ich muss ehrlich sagen, 14 Tage finde ich sehr lang. Egal was du 14 Tage machst. Wenn du 14 Tage nur zockst oder selbst 14 Tage Urlaub drehe ich ja durch. Nach zwei Tagen Urlaub will ich wieder nach Hause und weitermachen. Halber Monat eine Aktivität durchziehen ist auf jeden Fall Hardcore, egal welche Aktivität. Also es macht unglaublich Spaß, dieser ganze Survival Outdoor, weil einen stärkeren Kontrast zu unserem Gaming-Altar gibt es nicht zum Streamen. Deswegen finde ich das wahnsinnig faszinierend. Ja, also nochmal mitmachen, wenn genug Zeit dazwischen ist. Das würde ich mir sehr gut vorstellen. Ich würde auch nochmal mitmachen. Ich glaube, 14 Tage alleine würde ich nicht schaffen. Ich sage, nach einer Woche haben wir beide wieder Bock. Ja, nach einer Woche haben wir beide wieder Bock. Safe, 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 ja. Fazit zu dem Ganzen. Wie gesagt, 10 von 10 dankbar. Unglaublich geiles Erlebnis. Einer der geilsten Erlebnisse überhaupt in meinem Leben. 7 vs. Wild ist Teamleistung. Was einst mit einer Handvoll Freunden gestartet ist, hat sich zu einem großartigen Team entwickelt. Dazu gehören neue, sowie auch alte Crewmitglieder. Wir sind sehr dankbar, mit so vielen tollen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Egal ob Kameracrew, alle in der Postproduktion, das Behind-the-Scenes-Team, das Produktionsmanagement, alle Medics, die Sicherheitscrew oder vor allem auch in diesem Jahr die First Nations. Gemeinsam haben diese Menschen für uns alle diese Staffel möglich gemacht. Vielen Dank, dass ihr ein Teil davon seid. 294 SD-Karten mit 3,5 Terabyte von unseren Kandidaten. Dazu nochmal so viel von der Kameracrew. Und 14,9 Terabyte Behind-the-Scenes. Das entspricht 300 Stunden Videomaterial, die wir für euch gesammelt haben. Der Moment, als wir wussten, niemand hat sich verletzt. Alles ist gut gegangen. Alle SD-Karten sind da. Wir müssen quasi nur noch ins Hotel fliegen und eine Abschlussfeier machen. Man hat gesehen, allen geht es relativ gut. Außer Jens, der hatte ein bisschen Verstopfung. Oh ja, oh ja. Aber sonst ging es allen gut. Johannes. Johannes, ich glaube, das war es mit mir. Kommt da so runter. Ich kann nicht. Ich saß auf dem Pott. Ich kann nicht. Es ist schwarz gewesen. Nee, aber die Abschlussfeier war dann auch einer der besten Momente. Wo man gesehen hat, dass alle gerade happy sind und es allen gut geht. Gefeiert haben wir in einer Lodge. Riesig, sah auch irgendwie geil aus von außen. Also mit Blick aufs Wasser. Nee, war top. Also mein persönlich größter Traum für das Format ist, wenn es vielleicht auch mal in anderen Sprachen stattfindet, dass ein YouTube-Format, was aus dem Nichts entstanden ist, zu einem internationalen Format wird. Das wäre total crazy. Wenn es dann auf einmal in den Staaten eine Stoffe gibt, in Spanien, keine Ahnung. Das wäre cool. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir für das Format, dass es den Ursprungsspirit für immer beibehält. Diesen Anfangsmut, sag ich mal, etwas komplett anders zu machen. Auf eigene Kappe, auf eigene Faust. Man muss es nicht so machen, wie wir es gemacht haben. So ein Kopf durch die Wand und volles Risiko. Das ist vielleicht auch ein bisschen dumm. Aber so ein Stück weit diese Abenteuerlust auch mit in die Produktion zu nehmen, das würde ich mir wünschen. Selbst wenn es, keine Ahnung, in zehn Jahren ohne Fritz, ohne Max und mich stattfinden sollte, selbst dann wünsche ich mir, dass dieser Spirit da einfach noch da bleibt und alle einfach Bock auf das Projekt haben. Authentisch. Es muss immer authentisch bleiben. Und echt. So, Staffel 3 ist rum. Wir haben viel erlebt. Wir haben aber auch natürlich in der Staffel 1 und 2 viel erlebt. Sowohl ich persönlich als auch ihr als Zuschauer. Jetzt natürlich die große Frage Staffel 4. Was macht man? Ich kann in der Sekunde keine Antwort geben, weil ich es nicht weiß. Wir wollen Sachen immer anders machen. Wir wollen nicht einfach immer genau das Gleiche nochmal machen, sondern wir wollen neue Dinge ausprobieren. Wir wollen neue Geschichten erschaffen. Und das natürlich in einem gewissen Rahmen. Also wenn ihr Ideen habt, sprengt die Kommentare, Leute. Wird es weitergehen? Wird es nicht weitergehen? Das ist die große Frage. Die Zeit wird es zeigen. Sehr schön. Dankeschön. Gracias. Das hat Spaß gemacht. Sehr gut.